R-E-W-R-N-S-I-D-E Oh hey, ihr seid ja auch schon da. Oh hey, das ist gar kein Wein. Oh hey, das ist nicht mein Weinglas. Oh hey, es ist knapp vor, wir brauchen ein Video. Jody, was geht? Oh hey, meine Freunde, was geht? Wir haben uns heute überlegt, gemeinsam hinzusetzen und... Jolla, was geht? Hallo, es geht's. Ein Format zu stehlen, was nicht nur Jody bereits vorher gestohlen hat, sondern wir klauen ein Format von Jody, was Jody bei unsympathisch.tv gestohlen hat. Leon, wenn ich jetzt noch einen einzigen Mausklick von dir höre, dann rass dich hier aus, Mann! Du schreit Team Feeke, dann lebst ein Angstsystemer für dich einregeln, damit du deine Ruhe schneiden kannst. Das ist der Gemeinschaftsraum, Leon. Und du gehörst nicht zur Gemeinschaft, du Affe! Kling ich so laut? Ja, tust du. Wir werden heute gemeinsam eine Runde YouTuber umschreiben, beziehungsweise Erraten spielen. Jody, du kannst wieder nach oben kommen, du bist jetzt wieder Teil des Videos. Der gute Thomas hinter der Kamera. Hallo! Ja, genau. Der hat sich ein paar YouTuber zurechtgesucht, ein paar Fakten aufgeschrieben. Und wer wird jetzt versucht, anhand dieser Fakten zu erraten, in welchem YouTuber es sich handelt? Ehhhh! Und ich hoffe einfach mal, dass es ein lustiges und unterhaltsames Video wird, ist eh, weil Jody mit dabei ist, ne? Eheh, 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 Eheh. Ja, auf jeden Fall, der erste YouTuber ist männlich. Paluten, Izzy, Sturmwaffel, Nico, Sascha, Unsympathische Frau, Eheh, Gronkh. Er ist geboren am 3. März 1988. Boah, wer ist denn so alt? Paluten muss das sein, Paluten ist der einzige, der so alt ist. Aber der ist sich im März geboren. Ne, das weiß ich nicht, keine Ahnung, ich habe mit ihm ja nicht zusammen geboren oder sowas. Eheh, 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 den Literally ählter als ich. 5 Jahre, also das ist ja 30. 29 ist der. Das könnte echt nur Palle sein, ich kenn keinen, der sonst so alt ist. Er macht Blogs und Gaming. Ehh, Montana Black. Was, der ist so alt? Ja, der heißt MontanaBlack 88. Ich dachte mal, das wer, weil er ein Nazi ist. Krass, mal einfach weiter. Der nächste Kanal besteht aus zwei Personen. Unser Partyship? Nee, gar nicht. Äh, äh, Team Spielkind. Außenseiter. Äh, ähm, äh, Junggesellen. Nee, beide Personen haben eine sehr besondere Frisur. Äh, äh, Nubtau-Funkies. Tschau, Riemann. Hä? Kannst du mal aufhören, ganz YouTube Deutschlands zu kennen? Wieso kennst du alle männlichen YouTuber so gut? Was ist mit dir, hä? Hä? Aua, 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 ein bisschen leiser, bitte, bitte. Sonst lernst du noch besser kennen. Wenn du mir auch lauter ins Ohr schreist, lern ich alle richtig gut kennen. Äh, der nächste Kandidat ist wieder männlich. Äh, Paluten. Er hat 500.000 Argumenten. Äh, Apalfa D, Danergy, äh, Barit, äh, Spendyboy, Jodie Carlussen. Nee, ist nicht männlich. Nee, bist du nicht. Äh, Isis Drittkanal. Dener, nee, ist kein Mann. Ja, hör mal auf zu reden, sondern überlegen mal. Nein, es so geht das, man muss immer weiter einfach durchreden. Er war aber schon mal hier im UFO. Ja, Propa, nee, hat nicht so viele Abos. Äh, iCrymax, nein, auch nicht. Unterhaltungsvideos. Nee, er macht das. Crispy Rock, nein, hat mehr Abos. Er ist blond. Äh, blond, blond. Äh, Philipp Dorset, nee, ist nicht unterhaltend und nicht männlich. Er macht heute, wie gesagt, Unterhaltungsvideos. Ja. Aber er hat mit dem Space angefangen. Ähm. Ähm. Hab zu klicken, Mann! Ähm. 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 Julienko. Julienko hat 500.000 Abonnenten. Ähm. Hat Julienko mal jetzt Space gemacht? Nein, Julienko LP. Hey, meine Lieben, heute bekommst du noch eine Folge von Minecraft. Ha, ha, ha. Nee, tut mir leid. 500.000 Abonnenten. Ich hab mir schon mal richtig viel gesagt. Also, wie gesagt, 500.000 Abonnenten. Er ist blond. Er war schon mal hier im UFO. Er macht Unterhaltungsvideos. Er hat also mal Let's Plays gemacht. Ja, ich kenne nur Evive. Keine Eifernsteine. Ich weiß es nicht. S-Kid. 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 Ich hab zuerst gesagt. Oh, ja dann. Du hast S-Kid gesagt. Ich hab S-Kid gesagt. Ja, ja. Ha, ha. 2 zu 1. S-Kid. 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 Ich hab zuerst gesagt. Die nächste Person. Warum bin ich so breit hier? Mann. Willst du hier sitzen? Okay. Die nächste Person hat langes braunes Haar. Unge. Du hast schwarze Haare. Ich hab braune Haare. Das ist das dunkleste braune. Mann. Das gibt's nicht. Männlich oder weiblich. Männlich? Männlich. Halbzwilling. Schwoboxxschurlaffe. Nein. Schwoboxxschurlaffe. Was heißt lang? So, so lang oder wie lang? Es gibt keine Jahre. Nein, bitte. Du müsst alles raten. Ja, nein. Ja. Das ist blond, du Affe. Was? Das ist blond, du Arsch. Junge, ich hasse diesen Jetzt. Nein, ich mag jedenfalls. Bei Weihnachten, nehmt euch alle zu Dütze ich untereinander beim Tannenbaum in den Arm nehmen. Was finde ich hier mit deinem Pullover? Kannst du dir nichts leisten mit so richtig... Damit ich mal nen Bizeps rausgucken lassen kann. Oh, ah ja, der ist auch ungefähr so groß wie dieses Loch, deswegen passt das ganz gut. Hüpfen die Männer! Der nächste Kanal hat 1,65 Millionen Abonnenten. Sturmwaffe! Der hat noch nicht so viele. Äh, Paloo. Easy? Nee, Däna auch nicht, nee. Äh, Einskop! Nee. Und? Unsympathisch. Es sind wieder drei Personen. Was? Äh, äh, Elbkram. Drei? Drei? White Titty? Nee. Was? Die gibt's nicht mehr. Hä? Doch. Nee. Hä? Warte. Ähm. Hä? Wer hat ne Drei? Hä? Diese Freekickers oder sowas? Nein, die haben 20 Milliarden ne Aufsicht. Sie sind sehr bekannt für ihre Street Comedy Videos. Joyce? Die Drei. Die Drei. Die Drei. Die Drei Joyce. Wer kennt sie nicht? Au, ähm, ich weiß wie die heißen. Prank Bros. Nein, 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 nein. Das sind auch drei. Wer mit Chiri und David zusammen war. Wie heißt der denn? Das ist BullshitTV. Ja. BullshitTV. Ja. Das war mein Punkt. Die nächste Person hat die 177 Millionen Kanalaufrufe. Was? 477 Millionen Kanalaufrufe? Germany's Play. Revinzeit. Ist das viel? Nein. Ist das viel? Das ist viel? 477 Millionen? Paluten. Du hast 800 Millionen. Boah. Sturmwaffe. Nein. Easy? Nein. Mach aber auch Let's Plays. Debitur LP? Nein. Stein Kanal wurde, ich habe es schon gesagt, es ist ein R, wurde am 1.3. 2006 gegründet. 2006. Spark of Phoenix. Er ist richtig alt. Gronkh. Sarraza. Ne, das hatten wir schon, du Dummkopf. Sarraza noch mal. Was ist denn 6? Es ist 11 Jahre her. Boah krass. Kommanderkrieger. Boah. Er wurde in München geboren. Dann bin ich raus. Keine Ahnung. Dann bin ich raus. Okay, sein Markenzeichen sind ein violette Anzug, ein Zylinder. Zombie. Ich war zuerst. Ja. Okay, weiter geht's. Cool. Ich bin Thomas. Okay, die nächste Person war auch schon mal im UFO. Kelly Miss Vlog. Nein. Die Person macht Comedy. Was? Eine Frau, ein Mädchen. Ein Mann. Ein Mann. Sascha, Niko, Barit, Spendi. Er ist Teil der Stuttgarter Crew. Da haben wir doch gerade alle gesagt. Sascha, Barit, Niko, Spendi. Ach so, Niko was. Oh, ich habe zuerst Niko gesagt. Ja, ich habe zuerst Niko gesagt. Bei mir steht in Scope. In Scope. Ich habe zuerst Niko gesagt. Yeah. Wuhu. Oh yeah, ich hole auf. Ich komme wieder ins Game. Ich komme wieder ins Game. Wir müssen auch noch ein Gästebatch laufen. Spielen wir das auch? Ja, okay. To stand up. To stand up. To stand up. Perfekt. Der nächste Kanal besteht quasi aus zwei Kanälen. Prank Bros. Keine Ahnung. Nein. Der eine hat über eine Million Abonnenten und der andere 800.000. Sie sind zu zweit. Shirin, David, zwei. Sascha und Dieman, ey. Ne. Außenseiter. Außenseiter. We'll send's Nab иск pictures oder fitting. Laugh. Wurdendorf protrude heute. Elf Klicks ja специismus Charank bros. Ah, Spacerox. Yeah, who's back in the game? Is me. Is me. Heeeeeeeee. Iiiiih. Was denn? Ich hoffe noch, dass wir in der Kamera mitgehört haben, irgendwer hat dir gerade richtig eklig gefurzt. Keine Ahnung. Jodie, komm zurück. gi์t. Ist echt harmlos. Riecht nach Spekulatius, Weihnachtspuchs, komm. Ich mach mal hier aus. Okay, die nächste Person ist zur Abwechslung bei Waldwild. Juhu, ich kann Lucy. Nein. Mal, Wanne, Mirella. Die Person ist blond. Bibi, Dagi. Ja. Naja, Bibi Dagi. Ja, Bibi Dagi. Bibi Dagi. Juhu, Bibi Dagi, die kleine Dagi Bee. So, jetzt kannst du wieder her, Pups verflogen. Ich will dich. Komm jetzt. Bleib jetzt hier. Oh, dein Arm. Ich glaub, der ist gebrochen, oder? Hiiii. Okay, machen wir weiter, Thomas. Perfekt. Die nächste Person hat ein Faible für Fashion. Ja. Pixelwolf, Justin. Jody Calussi. Was? Du hast ein Faible für Fashion? Nein, nein. Die Person kommt aus Hamburg. Apurett. Ja. Oh, ich hab dich überholt. Nein, 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 nein. Du weißt, dass Leute im Gästebett schlafen müssen, ne? Ist mir egal, ich schlafe auch im Gästebett. Ich schlafe im Gästebett, aber nicht mit den Gästen. Oh. Die nächste Person. Trek Bart. Gronkh, Sturmwaffel. Nein. Sarraza, revinz halt manchmal. Jody auch, nach drei, vier Wochen. Äh, Leon hat keinen Bart, den hat definitiv nicht. Die Person liebt Nutella. Äh, Alexi Beksi. Ja. Das wusste ich nicht. Hat der überhaupt einen Bart? Hab ich geraten. Ich weiß nicht. Hat der keinen Bart? Nein, eigentlich hat er keinen Bart. Ja. Ja. Perfekt. Hey, wieso sagst du, wenn der hat einen Bart, warum sagst du das als Fact, wenn du noch nicht mehr weißt, ob das so ein Bart ist? Es denkt sich einfach so was aus. Der YouTuber hat... Der Lieblingsfarbe ist orange. Er hat circa sechs Beine. Ja. Es ist 1000 Fuß lang krank. Wer kennt ihn nicht? Ich hab mir auch noch drei Sachen aufgeschrieben. Die nächste wäre schon gewesen Tech Reviews. Was? Man versteht sein Akzent nicht, Thomas. Nee. Schau mal, alle. Dann gehen wir weiter zum nächsten Punkt. Also auf jeden Fall, der macht weder Gaming, noch Fashion, noch... Danergy. Lifestyle, noch Comedy. Du und dein Danergy. Danergy. Jedes Mal, wenn irgendwas kommt, sagst du Danergy. In meinem Video die ganze Zeit. Danergy, 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 Danergy. Straight Up Hennessy. Und auf Spotify, ASAP Rocky. Okay. Auf jeden Fall macht diese Person auch sehr qualitativ hoch. Rezo. Julian Bam. Nein. Das ist Unterhaltung. Nein, finde ich nicht. Newtown Monkeys. Die Person ist wieder männlich. Mach dir Vlogs. Dener. Das ist doch Unterhaltung. Nein, das ist keine Unterhaltung. Das ist einfach nur langweilig. Nicht Dener, hat aber auch viel mit Motorsport zu tun. JP Performance. Kenn ich gar nicht. Das war die letzte Person. Ich hab gefeuert. Dann geht uns jedenfalls nach Henny. Und dann musst du heute am Gäste mit schlafen. Auf jeden Fall mit Leuten anscheinend. Am Gäste mit schlafen. Ich schlafe mit Leuten. Leute, das war auf jeden Fall ein wunderschönes Video. Wenn ihr den Part sehen wollt, wo ich letzte Woche mit Jodie schon aufgenommen habe, mit ihrem Kanal genau das gleiche Video eigentlich. Der Part, wo ich aufgenommen habe mit Jodie. Gut, dann mach ich keine Videos. Werbung für Jodie. Leon, der Huster, ne? Das reicht mir jetzt effektiv. Mit deinen Lautstärken hier. Es reicht! Es reicht! Schaut auf jeden Fall bei Jodies Video vorbei, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Pussema wieder. Der Mann im Hater macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.